Oh mein Gott, Matsuileck ist bei mir irgendwie voll. Bei mir gar nicht. Also einmal, so eine Sekunde lang so ein Hänger und dann geht's wieder. Wahrscheinlich wegen der Aufnahme. Und auch... Oh, ein Häschen. Ha! Oh, ein Häslon. Oh, schau einmal. Oh, oh, so ein Häslon. Stell's mal so vor, gehst du in den Zoo rein, in so ein Affengehege. Häslons, so aus du hast so ein Lexikon, dann sitzt du da so drin und schaust so aus dem Fenster. Stell dir so richtig toll vor. Der wird jetzt mal mit irgendeiner Erdnuss bewerfen wie Patrick in der Arena, da, wo er diese große Muschel da abgibt. Ja, ja. Oh Gott. Ich hab lang keinen Sponsor dabei gewesen. Das ist, glaub ich, auch gut so. Loll. Loll. Was denn? Der waserrote Teich hier sieht aus wie so ein gedrehter... Wo ich bin, Digga? Digga, Lahn. Gangster-Sprache. Tja. Ich schlade mein Ballermann und ballern und... ...weil man... ...weil man... ...weil man... Yeah. Yeah. Ich baue hier gerade die Kaktusse ab. Kakteen heißt das, Idiot. Kaktusse. Du Kaktusse. Oh, fucking Slime. Das heißt schlimm. Oh nein, ein Slime. Bitte lass es sein. Du dummes Schwein. Fail. Yeah. Guck mal diese Kaktusse. Heißt das nicht Kakteen? Nein. Guck mal diese Kaktusse. Ihr könnt mich gerne achten, ist mir scheißegal, auch wenn ich am Scheißelabern bin. Was hast du gesagt? Ich hab grad nicht gehört, ich war grad mit blauem Schleim verabredet. Du bist noch dabei, oder? Ich bin dabei? Was? Ich fäll grad Holz. Was meintest du, ich bin dabei? Recording. Achso. Nee, sorry, hab ich nicht gemacht. Wieso nicht? Doch hab ich die Idiot. Hab ich doch gesagt. Hab ich doch. Hast du nicht? Doch hab ich gesagt. Happy Fight. Ist der Part jetzt fertig? Ja. Da kann nichts mehr. Dann fängst du irgendein anderes dummes Thema wieder an zu labern. Ich hab gesagt. Ich glaub ich bin meilenweit von unserem Zuhause entfernt. Ich höll grad ein bisschen Fels. Ich höll grad ein bisschen Holz. Ich höll grad ein bisschen Fels. Rose. Liebe und Zuch. Guck mal. Es geht falsch. Hier haben wir Slime. Oha, was für Bäume. Ich bin im Sumpfgebiet, mein Freund. Digga, wo bist du denn hin? Da steckst du wieder aus jetzt. Lauf und Lauf, einfach mein Weg. Ja, aber das sind die ganzen blauen Slimes. Das ist gar kein Slimes. Doch bei mir sind 30 Slimes. Ja gut, in dem Sohn. Ja, die sind so ein, die sind so ein Leben. Oha, das Meer. Das Meer? Oha, wie weit bist du gerannt? Kann sein, dass die... Ach, nein, die Mapp ist klein, oder? Oha, wie weit bist du gerannt? In der Welt, hallo? Oho, schnell. Hier ist ein Cave. So war ich ein Seelenfresser, sie wurde weggegangen, glaube ich, oder? Bist du im Cave? Nee. Ich bin in der Lila-Reld. Was ist denn da? Fuck, da wo alles Lila ist. Ich komme nicht mehr hoch. Ah, alles klar. Ah, Dreckblock. Ja, sorry, ich kann auch nicht dafür, ich bin halt ein bisschen anders. Thomas anders. Wer? Oha, zwei Seelenfresser! Das Einfachste wäre sowieso, wenn ich hier draufgehe. Was ist das denn für ein Anfall, bitte? Oh my God. Oha, zwei Seelenfresser! Das wäre doch das Einfachste. Was wäre das Einfachste? Wenn ich einfach draufgehe, statt hier immer weiterzulaufen. Also zurückzulaufen. Ja, gell? Oh, fuck, Slime. Slimey. Komm her. Noch nicht. Also hier könnten wir uns dann in die Caves stürzen. Da müssen wir nicht in unserem Keller so viel graben wie in unserer Testwelt. Und hier ist Sand. Gott, ich bin noch 18 Leben. Wollen wir Sand abbauen? Yeah! Der Boss wurde in Hackfleisch verwandelt. Kein Boss. Kollegah, Kollegah verwandelt dich in Hackfleisch. Wenn er das sieht. Oh mein Gott. Oh nein, ich mein... Was machst du? Ja, äh... Ich wurde massakriert. Das hab ich gemacht. Von zwei Geiern. Was? Von zwei Geiern. Wurde ich massakriert. Geier. Geier. G-E-I-E-R. Wann gibt's hier Geier? Kannst du... Oh mein Gott, kannst du denn, dass ich gerade Geier falsch bestelliert hab? Wusstig wär's, ja? Ja. Ja. Hey, Paloman! Redest du mit mir oder sowas? Ja. Die Geschwörer! Die Geschwörer! Hör, die Fürs! Die Fürs! Jetzt werden wir... Vögen! Oh! Auffall! Ich bin aber überlegen, ob ich so eine Planliste hatte, die ich hinterher laufen lasse. Äh, mein Kollege. Mutke drin. Aber da ist Copyright drauf und deswegen mache ich es dann doch nicht. Ein SLAM! Ein Blue Slam ist da. Gesicht! 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 Ist das mal aufgefallen? Oh! Massiv! Massiv! Ein SLAM! Wir sind ganz viele Herzchen, Jus. Ein Harz. Ist mir auch aufgefallen, Massiv spricht wie normaler Deutscher. Und sobald er anfängt seinen Mond, der in sein Ghetto-Krach zu rappen, der in sein Ghetto-Krach zu rappen, sobald er anfängt zu rappen, hört er sich an wie so einen Spacko. Er lispelt und er macht voll ein auf Aslak-Deutschland. Und bei, ähm, bei, äh, Alpha-Gun, das ist so, er rappt, äh, er redet total Aslak-Style, und wenn er dann anfängt zu rappt, hört sich an wie so ein Aria damals. Also das ist echt brutal. Brutal! Du bist brutal! Dann bist du bei mir wieder voller Holzbade gewesen. Ja, ich auch. Wieso hast du denn so ein Holzkostüm? Ich hatte buchstäblich ein Brett vorm Kopf. Ha ha ha! Buchstäblich! Buchstäblich! 15 Bretter! Oh, ein Slime! Oh, zwei Slimes, aber die hocken nur drumrum. Blauschein, nein. Was? Was? Oh, ein Spatz. Oh, jetzt er weggebrochen. Oh, das war Slime-Bite-Kick, Alter, vom Feinsten. Was war das? Er springt auf mich drauf und ich pum, geb ihm. Ey, ein Spatz. Ja, den Spatz wollte ich schon töten. Ein Slam. Was meinst du? Ja, Mann, ich hab den Spatz gekriegt. Du bist noch da. Hallo? Dave? Ich bin noch da. Ja. Ja. Ah, wir hätten so abgeschmiert. Der Dave. Er hat immer so Probleme mit seiner Internetverbindung. Hallo, Idiot. Idiot. Dave? Davey Boy. Dave. Na ja, ich spreche hier mal kurz ab jetzt. Und schau mal, ob er... Ja. Collection. Lost. Also, bis gleich. Och da bei euch. Bis gleich. eller